und damit herzlich willkommen zu einer weiteren runde hier in gta 5 wieder mit dabei der denser ja wie ihr seht sind wir gerade auf dem zug aufgesprungen und wir werden jetzt erstmal bis zur nächsten zivilisation fahren da guck dir an wir sind hier im allergrößten hillbilly land hier sieht schon nach zivilisation aus wollen wir hier aussteigen ok ich brauche es mal hier nicht die dose die dose da an oh scheiße lebst du noch sprich runter sprich runter junge ich bin weg also was laufen hier für welche rum denkst du spring runter jo alles fit bei dir also ich hab fast kein leben mehr ne ich hab fast kein leben mehr erstmal was sneaken ey inventar so super spring runter nein warte da sind autos wo sind die autos ja guck die europaletten komm mit ja ab geht's ab geht ab geht er peder so hörst du hier die autos schon hier ist zivilisation pur sag ich dir so liebe leute wohin wir sitzen drin ich werde uns mal einen job suchen und zwar ein ladung coole methode ok dann machen wir erstmal die ich hab davon eine sache erfahren ich steig in der stadt bei diesem dealer aber du brauchst dich nicht drin er hat ein paar ok das machen wir jetzt so ich kaufe mir munition ich kaufe munition für alle ich leichte panzerung einstellung bestätigen so jetzt brauchen wir spielersuche offen spieler 3 von 1 bis 4 nö ich würde denken wir starten einfach mal ne wir starten einfach mal ja glaubst du nenn mich lukas warum lokomotiv führer also du bist du bist dem knopf stil das wohnmobil ach die mission die kenne ich konnte jemand auto jeder hat sein auto okay denkst du ne warte warte ne warte ich steig zu dir verdammt steig bei mir ein macht mir wegpunkt dann fahren wir ja 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 so ab geht's so erst mal alter der wohnwagen ist am arsch der welt der typ der 404 sitzt aber dann hätten wir da reinsteigen können ach egal ja komm lass bei dem einsteigen ja ok ab geht's eh immer darf der denkser vorne sitzen ja mann ich bin auch älter als du das ist eine frau aber ich laber nicht doch ich laber nicht aber ich bin so gut dort und klar aber wie ab der fahrzeug ist vollgepanzert von der ja was erwartest du folgend von und die fährt wie du klar war ne moment die fährt besser er ist auch level 84 ne muss man mal so sagen ja und wenn ich genug passanten umbringen sind wir auch level 84 also so wie immer ja also so wie immer ja und sonst so wie hast du den sturz vom zug überstanden wie hast du ihn aufgenommen leichte gehörnerschütterung ne ja alter ich kann nur soviel sagen nur weil du im zug brichst bist du noch lange nicht bahnbrechend ne also scheiße oh hast du ganz knapp verpasst du oh guck dir das an ey oh mit der traur und autofahren weißt du alter die pante käte ey die kann ich autofahren die kann das nicht alles klar ich bin bereit war fürs gezogen ach wie wie fährt ey ki ki so ah Leute wir sind ja noch mehr Leute Ach, du bist da hinten, okay. Oh lol. Fahrzeug, Fahrzeug ist nicht aufgeflogen. Was macht ihr denn? Ich...keine Ahnung, was das war. Da war niemand... Keine Ahnung, was das war. ...an dem Wohnwagen. Na toll. In der Pampa. Oh nein. Ich piss mir gleich ein. Ah ne, ist er direkt hier. Ja. Wir bleiben am besten im Auto sitzen, weil das ist ja gut gepanzert. Da ist einer auf dem Dach, einer auf dem Dach. Merkere auf dem Dach. Was sind das für den Willis? Ja. 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 Jetzt ist auch noch irgendwie einer. Ja. Den hab ich nicht. Treff ich nicht. Da ist noch einer hier. Hallo. Hier ist es. Hinter uns irgendwie? Nee. Auf dem Dach ist noch einer. Immer noch. Alter, ich geh gleich da hoch, ne? Ja. 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 Entschuldigung. Ja. Ja. Ich hab das Fahrzeug, ne? Ja, 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 warte, warte, warte Gib das Wohnmobil zum Treffpunkt Okay, ich glaub die Tante bleibt drin Ich geb dir Rückenunterstützung Vorsicht, die kommt da Richtig so So Nice, hab ihn Nice Hey, äh, der Typ Im NPC hat gerade oben auf dem Team geschossen Oder ich hab auch geschossen Auf den Gast Oh scheiße Hallo, hallo, fang mal schneller her Na schön Hallol Vor uns ist ja was, hab ich gar nicht gesehen Du siehst das, äh, wecklapp Fuck it Heck ja Ich bin gleich tot Die Hillbillys treffen aber auch übelst gut, ne? Richtig gut, die Wichser Unsere Tante hält die hinten auf Das ist relativ gut Fahr doch mal bitte anständig Ja, der Typ legt mich ab Ich mache Die Tante killt die alle Noi Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot Ich hab sie beide runtergekickt Weiß Kommt aber noch ein Auto oder irgendwas Achtung von rechts kommt auch noch was Da ist, ich bin gleich tot, alter Nö Doch nichts mehr Hast ja gleich geschafft Ja, nice, ich bin wieder im grünen Bereich Gut, dass man regeneriert aber ein bisschen, ey Ja Geil, ey Wat für eine Mission, ey Ja, Mann, alter Erstmal das Ding in die Luft gejagt hier, ey Yo, Digger, wat geht? Ich hab hier was für euch Hey, good lucky, man Yo, Homie Alter, ich bin voll durchlöschert, ey Noi Mission bestand Wup, wup Ja, nice Alter Und Stufe Rang, äh, Rang 11 Was lachst du? Er betet er Stufe Rang, Stufe Rang 11 Ich bin ein Limo kaufen, weil ich Durst hab, ey Wie ein bulgarisches Pferd, ey Wieso kau- Ach so ne Limonade, ich dachte ne Limousine, ey, alter Ja, ich hab Durst, ich hab mir erstmal ne Limousine, ey Alter, ey, wo bin ich denn jetzt wieder? Die dich nicht Äh Ja, das liegt wahrscheinlich daran Dass wir wieder Oh, schon wieder, was weiß Ich lade dich mal wieder ein Ja, ja, damit ich jetzt wieder das Ladebildschirm habe und nicht du Ne, ich nehm ja auch auf, weißt du, das sind so die Prioritäten Ah, Prioritäten Und du weißt doch immer, immer wer aufnimmt, der darf auch einladen Mach den Wechsel auch immer Das war halt gerade eine Anspielung darauf Ne, ich geh mal kurz zum Äh Zum Fangautomaten Genau Und mein Geld einzuzahlen Also das Geld wiegt nämlich auf was, ey Ja, ja, klar Die ganze Zeit mit den Millionen rum, rennen sie mir gerade durch die Millionen Die 3,50, ey Die verlierst du eh wieder bei jedem Boot, ey Also 50 Euro weniger, ey, der Dollar Und deswegen will ich ja auch hier Geld einzahlen Dass du beim Tod nichts verlierst Ach so, ja doch, aber die Spieler können dich ausrauben Hallo Oh Ja klar, steht doch da immer, wenn du 5,000 5,000 Reihen hast, steht da Ja, ich weiß mal Ja, ist okay Ich schrei überhaupt nicht So, und weil ich lustig bin und einfach Bock drauf hab, äh Oh Gott Gott, nein Bitte mal Kohler rausrücken Ich kann nicht mehr gehen Ich kann nicht mehr gehen MP, wie nice Moin 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 Na Mein Motor ist irgendwie hängen geblieben Ja, 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 ja Okay So, such uns mal ein schönes Ziel raus, ein schönes Rennen Oh, da fällt dir die Limbo raus im Mund raus Scheiße, wir mussten hier lang, ey Also pass auf, was auch fast wie viel mindestens Das war eigentlich gar nicht so übel, sag ich doch, sag ich doch, aber glaub ich mir nicht, und ist der jetzt die Limmau auf die Tastatur gefallen? Nö, aber mit Wasser, aus dem Spiel, aus dem Spiel mit Controller, stimmt, ja, du musst die Tastatur ja trotzdem vor dir haben, wenn du am PC sitzt, nö, muss ich nicht, ich hab die unter meinem Schreibtisch reingeschoben, Welcha?! Ja hier die Bullen abhängen, mein Gott! So, sie wissen nicht, dass wir hier sind. Pass auf, ich ducke mich jetzt. Mach das auch! Warte, Licht muss nach Ausschalten, Licht muss nach Ausschalten... Pst, 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 pst. Fuck it! Woher wissen die das? Kann ich mir hochkommen, ne? Ja, ja, dann wird ganz gut da hochkommen, ey. Können wir da überhaupt an dem Event teilnehmen? Ja, jetzt können wir sogar sagen. Können wir sogar drei Sterne machen. Schön, warum auch immer. Ja, weil du so lange flüchtest und nicht wegkommst. Und ich die Passaten ab. Nein. Mit mir, Mann. Nicht mit mir. Alles klar. So, ich bin beigetreten. Kommst du auch? Ich auch. Gut. Ja, ich bin ready. So, ich auch. So, jetzt muss ich bloß noch... Ach, man kann nur auf'n Gewinner wetten. Ne, auf weisskopfwegen kann man denn wetten? Ich kann gar nicht wetten. Ich kann... Ah, da bist du. So, einfach mal 500 Dollar auf den Denkser wetten. Ich hab' gar kein Geld, aber ich kann gar nicht wetten. Ahaha! Geh, geh, geh. Alter, evil Knibel ist neben dir. Ab geht's ey. Unternehmenswechsel. Oh Gott, wieder so ne Scheiße. Alter ey. Viel Glück, du Lappen ey. Weh, du rammst mich wieder ey. Oh, ich fuhl weg hier mal. Oh, da bist du hier. Ich fuhl schwer. Hör mal auf! Ich krieg dich. Hör mal schneller hier. Oh, der Bastard hat runtergekickt. Nein! Ich wette nie wieder auf dich ey, du Hörnsohn ey. Was? Ey, weil du dich runterkicken gelassen hast, weißt du? Die ganzen Rennen bist du ganz vorne mit dabei, da wette ich einmal auf dich und dann Alter, du Bastard! Los, du die Tasse ey. Ab geht's. Halldei. Nein, ich fuhl halt mal auf, siehste. Ey, denkste. Moin. Ich bin siebter ey. Ich bin sechster. Ich bin sechster. Bist du runtergeflogen? Wir haben hier mal runtergeflogen, ja. Ich nicht, nein. Ich bin vierter. Nein, ich auch nicht. Jetzt fahrst du schon wieder vorne mit dabei, was willst du denn? Da vorne ist der Erste! Oh, scheiße. Ich hab' ich noch, ich werd's noch erster, Alter. Ich bin genau hinter dir, ey, Alter. Ich bin genau hinter dir, ey. Ja, ich seh' dich. Scheiße. Weg hier. Da, aber kommt eh. Ihr seid da ziemlich knapp beieinander, ne? Aber hallo, ey. Merkst du das? Du Ideal, Ideal, die jemals gefahren hier, ey. Nein! Nein! Scheiße, Mann. Denkst du das auf den ersten Platz, ey? Geil, ey. Geil, meine Wette. Geld gehört dir. Ich bin auch dafür mit dem Jungen. Ich bin auch dafür. Ja, wohl, ey. 500 Dollar hab' ich auf dich gesetzt, ne? Alter, krieg' ich davon auch ein bisschen? Ja, weiß ich nicht. Wenn wir rausfinden, wie man Geld teilen kann, ist es GG. Nein, der hat mich wohl holt! Nein, nein! Oh, mein Gott, ey. Scheiße, war da knapp, ey. Alter, ist jetzt nie wieder auf die... Ja, haha. Ich hab' wahrscheinlich auf dich gewidmet, ey. Ja, ist alles noch ganz gut. Ja, ist klar. Oh, der Timer ist abgelaufen. Merk' ich gerade. Hört, Mann, ey. Eeeep! Hahaha. Den hab' ich diesmal gehört, ey. Egal. Alter. Watt für'ner... Vierter. Du bist zweiter, ey. Kotzt das an, ey. Was hat der denn Kerl für ne Zeit, ey? Da waren doch nur 1000 Sekunden, oder? Weiß ich nicht. Boah, Alter. 11.000, ey. Für was? 11.000? Alter, ey. 5.000. Alter. Wo ist die Zeit, Alter? Zeig mir die Zeit an, ey. Genau, ey. Ich will die Zeit sehen. Guck dich da an! Guck dich die Zeit an! Loll! Alter Falter. Aber ihr wart alle so. Guck dir das mal an. Krass, ne? Guck mal, ich komme erst 20 Sekunden später fast. Ja, aber du scheiße bist. Okay, liebe Leute. Halt's Maut. So! Äh, ja. Ich verabschiede mich dann mal aus dieser Sitzung. Ne, ich bleib noch. Ja, komm, wir müssen investieren. Naja, ja, ist okay, ist okay. Tschüss! Ja, äh... Das heißt schon Tschüss! Ich hab mich noch gar nicht richtig verabschiedet. War doch verabschiedet, oder? Nö, weiß ich noch. Ich bin gleich raus. Tschüss. Okay, gleich raus. Tschüss. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss! горst allegations